Supertalent-Beef zwischen Dieter Bohlen und Ekaterina Leonova? Die Tänzerin klärt auf. Ekaterina Leonova über Dieter Bohlen. Mitbekommen, wie böse er sein kann. Das Supertalent kehrt nach zwei Jahren Pause mit einem neuen Konzept zurück ins Fernsehen. Erstmals in der Geschichte wird das Finale 2024 nicht als Live-Show ausgestrahlt. Das bedeutet auch, dass nicht die Zuschauer über den Sieger entscheiden, sondern die Jury. Nach Jahren treffen Dieter Bohlen, 69, und Bruce Daniel, 66, wieder aufeinander. Die Let's Dance Stars Anna Ermakova, 23, und Ekaterina Leonova, 36, kompletieren die Jury. Vor allem Ekater wirkte vor ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Dieter Bohlen etwas nervös. Schließlich sorgte dieser bei DSDS zuletzt für ziemlich viel Trubel, Ärger, der auch an Ekater nicht vorbeigegangen ist. Ich habe schon sehr viel mitbekommen, wie böse er sein kann, aber ich bin immer noch positiv eingestellt, erklärte die 36-Jährige vor einiger Zeit. Das Supertalent. Schlechte Stimmung zwischen Dieter Ekert? Jetzt sind die Supertalent-Dreharbeiten vor wenigen Tagen gestartet. Damit hat Ekaterina Leonova den Pop-Titan nun endlich persönlich kennengelernt. Die Sorgen ihrer Fans, dass die Tänzerin Dieters Sticheleien am eigenen Leib erfahren muss, kann sie ihnen bereits nehmen. Bei einem QA auf Instagram stellt Ekert auf die Frage, wie sie sich mit Dieter versteht, klar, mega. Ich finde unsere Jury-Team so genial. Weiter ins Detail wollte Ekert noch nicht gehen. Schließlich ist noch alles streng geheim. Mit einer Info dürfte sie ihre Anhänger aber schon jetzt besonders scharf machen. Ich darf nicht viel verraten, aber ich kann euch außergewöhnliche, geile Looks und eine sehr gute Laune definitiv versprechen. Für den perfekten Look muss Ekert übrigens sehr geduldig sein. Sie sitzt jeden Morgen erst einmal vier Stunden in der Maske.